Schön, so schön, nee, was ist das schön? 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 Schön, so schön! Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Schluse TV, ja? Tanz in dem Mai, schön, dass ich wieder für euch einen Film machen darf. Die Leute, die nicht hier sind und die auch, die wir nicht nach Krapaten wollen, ja, den Leuten entgeht wirklich Party ohne Ende. Besonders jetzt, heute Tanz in dem Mai, mit dabei Marco von Basten, Super DJ, Lady Gaga, Radio WMW, jede Menge Leute, die die Meisterschaft feiern vom BVB her. Und ja, ich bin auch wieder dabei, ich freue mich, dass wir den Tanz in dem Mai zusammen feiern. Voll geil hier, wir beiden feiern heute Abend zusammen voll geil hier. Oh, 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 oh. Was wundert ihr euch? Mein Gott, der Schluse kann auch leise sprechen. Ja, das habe ich mir jetzt angewöhnt, weil wir sind jetzt hier in meiner Quatschbox und hier braucht man gar nicht immer so zu schreien. Und schon gar nicht, wenn man so einen erfahrenen Moderator neben mir sitzen hat, wie der Benjamin Rotzler von WMW. Also es freut mich wirklich, schön, dass du den Weg in meiner Quatschbox hier bei Krapaten gefunden hast, an dem wunderschönen Abend hier. Also erstens kommt man an dir gar nicht vorbei und zweitens sind wir alte Freunde, das bin ich dir schuldig. Genau, das freut mich auf jeden Fall. Ja, Benjamin Rotzler von WMW, die Stimme kennt ihr garantiert. Und heute Abend legst du hier auf, WMW, Partynacht hier bei Krapaten. Radio WMW Party, heute Tanz in dem Mai, quasi mit zwei tollen Bands. Wir haben einmal die Big Muggers, die härteste Boygroup der Welt. Radio WMW, Partynacht Weil es ein bisschen eng wird, haben wir nebenan Lady Gaga, die Coverband, dann geparkt. Aber beide richtig geil und mittendrin oder zwischendurch und überhaupt Benjamin Rotzler. Ich kenne die Party schon, Rico habe ich kurz erklärt, worum es hier geht und dann war das auch schon klar. Und wie sieht das bei dir aus? Ja, ich bin ja der Labelchef von ihm, ich bin ja bei Starship der Chef und der released ja bei uns auf dem Label und ist ein sehr guter Buddy. Und er hat mich echt gezwungen hier hinzukommen. Nein, Spaß. Also das ist schon eine mega Party, ich habe hier schon viel von gehört und ich freue mich gleich hier zu spielen. Wer ist denn heute Abend zum Beispiel alles hier? Ja, sprachlos hier die Leute. Kannst du mir sagen, wer heute Abend alles hier ist? Kannst du mir dann sagen, wer heute Abend alles hier ist? Welche Bands? Äh, Lady Gaga war da hinten und das Radio WMW glaube ich. Ne, leider nicht. Das ist gar nicht so einfach, ne? Ne. Welche Bands sind heute Abend alle hier? Ja, wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, aber ähm, wir haben den Namen vergessen. Äh, Sportfreide Stiller. Scheißegal, ich bin extra gekommen, um hier im Westfuensterland Tanz in den Mai zu feiern. Alter Schwede, das ist doch ein Bild, oder? Ja. Welch, ich bin Lady Gaga. Ja. Ich hatte meine Demand für heute Abend. Jeder liebt Lady Gaga und wir haben nur Paparazzis, so viele Fans, aber wir wollen sie glücklich machen. Wir werden performen und Lady Gaga ist the best of the best. Get up! Also, die Leute, das sind hier alle Gaga und zwar im Lady Gaga-Fieber. Und ich auch. Ich freue mich jetzt auch für euch. Ich werde jetzt diese Bühne hier verlassen, weil jetzt kommt Lady Gaga. Und ich freue mich. Welche Bands? Ich weiß nicht. Toten Hosen. Chassis, schenk dir ein Foto. Das Lied ist von mir aus dem Jahre 2009 und es gibt mittlerweile das Lied zehnmal. Zehnmal unter anderem von Mickey Krause und das finde ich schön. Eigentlich dachte ich, eigentlich dachte ich, dass DJ Ötzi den Song macht, aber Mickey Krause ist auch egal. Chassis, schenk dir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Zwei, drei, vier. Chassis, schenk mir ein Foto. Nur so ein Foto wünsch ich mir. Ich sagte, Chassis, schenk mir ein Foto. Ein kleines Foto von dir. Chassis, schenk mir ein Foto. Dann schenk ich dir auch eins von mir. Das war's von hier. Tanz in den Mai. Ich sage Tschüss und sage, wie heißt das immer? Seid schlau und guckt. Schluse TV. Schmuse. Schmuse. Komm sei schlau. Schau Schluse TV. Wer wissen will, was, wo wir gehen. Hier freitags nur bei Schluse See. Seid schlau und schluse TV. Schluze TV, schluze TV. Schluze TV. Schluze TV. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 SchlußeTV wurde präsentiert von Brillenrichter, Ihr Brillenmacher in Aarhaus.